Nach dem Rücktritt von PEGIDA-Chef Bachmann von allen Ämtern werden jetzt langsam erst die Organisationsstrukturen von PEGIDA öffentlich. Wie genau die PEGIDA-Führungsriege zusammengearbeitet hat, das wollen wir Ihnen jetzt mal demonstrieren. Ich bin jetzt mal die Örtel und er ist der Bachmann. Du bist ja schon voll voller Klebstoff unter der Nase.